Das könnte die Chance werden. Und jetzt die Chance. Der muss passen. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Hier oben, so kann es weitergehen. In die Ecke kommt. Ah, das war am Ende dann doch ungefährlich. Und da kann sich die Abwehr entspannt zurücklehnen. Torgefahr sieht anders aus. Toter Pass. Gefährlich. Und jetzt die Schoß. Und jetzt die Schoß. Ah, das ist natürlich schwach. Ganz klar war ein harmloser Ball und der Trainer ist stinksauernd. Ganz energisch. Jetzt kommt der Schoß. Ja, das gibt Eckmann. Die Ecke, mehr oder weniger im Griff, sieht im Moment gut aus. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Der Steifers. Jetzt vielleicht. Ein unfassbares Tor. Und hier sehen wir es noch mal. Das tolle Zuspiel. Und das musste er das Torpreisen machen. Und jetzt die Schoß. Das ist doch gefährlich. Das könnte gefährlich werden. Schöne Zuspiel. Jetzt vielleicht. Sechster. Ja. Drin Tor. Herrliche Kombinationen haben Sie ihn perfekt freigespielt. Den hat er gut platziert. Super gemacht, Buschi. Kann man wohl sagen wollen. Mit ganz wenig Kraft und viel Gefühl versenkt. Toller Pass. Gute Aktion. Und jetzt die Schoß. Ein fantastisches Tor. Und jetzt setzen Sie noch einen drauf. Und die einzig gute Nachricht für den Gegner gleich durch Beschluss. Auf jeden Fall gut für die Tordifferenz das Ding. Ein weiterer Treffer in der Nachspielzeit.